Ja, moin Leute, seid ihr herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Rocket League. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind immer noch am Saisonstart. Die nächste Season hat angefangen und wir sind immer noch am Ende unserer... Oh, okay. Sorry, mate, da gehe ich mal kurz ran. Wir sind immer noch am Ende unserer Einrankungsphase. Wir haben schon sieben Matches gemacht, beziehungsweise ihr habt drei Matches gesehen in der letzten Folge. Die anderen vier waren so schrecklich, dass ich die niemandem zeigen konnte. Dementsprechend haben wir die anderen vier Matches verloren. Das heißt, bisher stehen wir nicht ganz so gut da. Aber vielleicht kriegen wir das in der heutigen Folge ein bisschen ausgeglichen. Der Mate macht schon mal einen guten Anfang. Holt das erste Tor. Keine Ahnung, warum die Gegner da nicht dran waren, aber nehmen wir mit. Nur muss das leider noch gar nichts bedeuten. Selbst wenn man am Anfang mal ein bisschen vorne ist, wird sich das wahrscheinlich sehr schnell ändern. Der Gegner hat meinen Boost geklaut und der Mate jetzt auch. Das gefällt mir gar nicht. Oh, scheiße. Oh, nee, 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 mein Freund. Da war ich fix. Da waren meine Reaktionen auf jeden Fall on point. Und jawohl. Ja, dankeschön, mein Freund. Guter Pass. Ich meine, den haben sie für mich auch schön abgelegt da vorne. Das war ja wirklich einfach. Ja, obwohl ich schon ein bisschen weiter nach rechts hätte schießen können, ja. Ich glaube, der Gegner war gar nicht so weit vom Ball entfernt. Also das war ja schon eine knappe Nummer. Schade, da kam ich nicht ran. So, 2 zu 0. Das ist doch schon mal schön anzusehen. Wenn das jetzt dabei bleibt, wäre es doch optimal. Schade. Das war meine Gelegenheit. Wir haben sie leider geblockt. Da kommt er, der Mate. Okay. Da bleibe ich mal lieber am Boden. Ja, da könnte ich schon rangehen. Ah, er hat mich so outplayed. Gibt's nicht. Aha, peinlich. Mmh, ganz unangenehme Nummer. So, komm, Mate. Ich bin bereit für den Pass. Wie sieht's aus? Ja. Ist das eine Ballkontrolle? Kann man nichts sagen. Die ist schon nicht schlecht. Oh, da habe ich mich dazwischen geworfen. Wichtig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und keine Ahnung, ob es wirklich wichtig war. Scheiße, das war ja schlecht. Mmh. Shit, ich hätte hier nochmal vielleicht rangehen müssen irgendwo. Ich habe ihn leider nicht zu fassen bekommen. Und da ich keinen Boost hatte, war ich dann ein bisschen zu langsam. Ist nicht so optimal gelaufen, gebe ich ja zu. So, lassen wir mal kurz den Mate ran. Wenn er schon unbedingt rangehen will. So. Kein Problem für mich. Easy peasy. Jetzt hat er natürlich freie Schussfeld. Jawohl. Und er macht es. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Guter Pass hat er so geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob ich was damit zu tun hatte. Vielleicht. Oh, das ist eine gute Gelegenheit. Oh, scheiße. Ich bin zu langsam. Oh, einmal geblockt. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Ich habe es irgendwie versucht, aber... Das lief jetzt nicht ganz so gut. Auch wenn ich die Gegner vielleicht ein bisschen verwirrt habe. Schade. Kein Problem, schreibt er. Ich weiß nicht, was bei ihm abgeht. Ob er sich gerade aufregt oder nicht. Oh, das war eine miese Nummer. Ganz miese Nummer. Scheiße. Gut, dass wir da kein Gegentor kassiert haben. Das muss knapp gewesen sein. Ich meine... Ich habe es nicht gesehen, aber es muss knapp gewesen sein. Jetzt schreibt er schon dreimal guter Schuss. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß nicht, ob er das ernst meint, ehrlich gesagt. Aber das lief gut, das Match. Das lief wirklich gut. Ja, GG. Also, klar. Der ist vollkommen aus dem Häuschen, mein Mate. Ja, wäre ich an seiner Stelle auch. Ja, gut. Also, erste Runde lief schon mal ganz angenehm. Der will mit mir spielen. Ich will aber nicht mit ihm spielen. Tut mir leid, mein Freund. Ich suche mir ein neues Match. Das war jetzt auf Diamantebene. Das... Man hat es ein bisschen gemerkt. Wäre schon scheiße, wenn ich Diamant eingerankt werde. Naja, weiter geht's. Okay. Aber das nächste Match. Den Mate haben wir nicht behalten. Glaube ich zumindest. Ich habe mir jetzt nicht mal den Namen gemerkt. Ich merke mir auch wieder gar nichts. Aber ich glaube nicht, dass er das war. Das heißt, wir haben das Vergnügen mit einem neuen, frischen Mate. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Das geht schon richtig schlecht los. Was mache ich denn da auch? Ich meine, den hier hätte ich viel besser absch... Wegschießen müssen. Viel weiter vor allem. Ich habe ihn einfach abgelegt vom Tor. Oh, also das sehe ich ganz klar ein, dass das mein Fehler war. Ah, auch den habe ich nicht gut bekommen. Scheiße. Naja, gut. Das Match geht gerade erst los. Wir entspannen uns mal wieder. Oh, habt ihr den gesehen? War mir gerade selber nicht sicher, ob ich den treffen werde. Oh, scheiße. Einmal nach hinten. Der war schon gefährlich. Kann ich nichts gegen sagen. Oh, komm. Liegen wir hinterher. Ja, okay. So, einmal ganz sachte berühren, dass er ja nicht gefährlich wird. Oh, shit. Den habe ich meilenweit verfehlt. Was habe ich mir da dabei gerade gedacht? Oh, da muss ich gerade zum Tor. Oh, nee. Weg. Huh. Oh nein, der Mate ist noch in der Luft. Oh. Das läuft gar nicht gut. Aber der macht halt auch nichts, mein Kollege. 24 Punkte. Guckt euch das an. Gut, ich will es ja nicht wieder alles auf die Mitspieler schieben. Alles in Ordnung. Wir kriegen das hin. Zwei-Tor-Rückstand ist halt schon... Ist halt schon nur... ...unangenehme Nummer. Uh, da war ich mit dran. Weg. Abfahrt. So, jetzt müssen wir mal nach vorne, Kollege. Ist doch schon wieder... Ist doch schon wieder scheiße. Oh, nein. Da hatte ich gerade Glück, ey. Hätte nichts machen können. Ey, wir sind gerade so scheiße. Oh mein Gott, das gibt es nicht. Oh. Ich kann dem aber auch nichts entgegensetzen. So, jetzt aber. Komm. Mate. Geh ran. Oh. Ich habe nur den Gegner in der Luft abgeräumt. Das war das Einzige, was man verwerten kann daran. Hm. Ich komme jetzt nach vorne. Wir brauchen jetzt mal eine Kontergelegenheit hier. Oh, nee. Auch der war viel zu schlaff. Viel zu langsam. Oh, scheiße. Ich spring gerade an allem vorbei. Ist schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das ist nicht so geil. So. Oh. So nicht, mein Freund. Komm, mate. Och. So. Einmal dagegen. Nochmal dagegen. Komm, mein Freund. Ja. Nee. War jetzt doch nicht so geil. Aber der Angriff läuft noch, Leute. Alles in Ordnung. Oh. Abgeblockt. Mein Kollege kommt aber nicht. Komm, jetzt ist deiner. Oh. Oh mein Gott. Oh na. Und im entscheidenden Moment war ich nicht da. Das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. So. Jetzt kommen gleich wieder nach vorne. Der war nicht weit genug. Oh, was ist das für ein Rumgeeier gerade? Ja, mate. Oh, jetzt hat er die Chance auf dem Fuß gehabt. Das gibt es nicht. Wir kämpfen uns so hart. Mein Boost. Ja, wir kommen halt einfach nicht zum Abschluss. Ja, zum Abschlussball. Einfach kein Hinkommen. Oh mein Gott. Ich werfe mich gerade in jeden Ball rein. Gib mir mal den Boost, mein Freund. Du brauchst den eh nicht. So. Komm, mate. Jetzt. Wir müssen langsam eine Chance verwerten. Oh. Das gibt es nicht. Ach, das ist doch so lächerlich. Oh nee. Ja gut. Das können wir nicht mehr gewinnen. Oh. Okay. Spiel 9 von 10 haben wir auch noch verloren. Das ist jetzt nicht so überzeugend. Hm. Na gut. Gehen wir nochmal weiter in Spiel Nummer 3, würde ich sagen. Verdammt. Da habe ich aber auch echt viele Fehler gemacht in dem Match gerade. Hm. Und der Ping hat mich auch im Stich gelassen, wie man sieht. Hm. Na gut. Spiel Nummer 3. So. Dann. Spiel Nummer 3. Zeit für unser Einrankungs-Match. Unser letztes. Mal sehen, ob wir in Champion oder doch nur in Diamant rauskommen. Ich hoffe wirklich Champion. Ich meine, nichts gegen Diamant. Das ist auch schon ein hoher Anspruch. Aber, ja, wenn man halt einmal im Champion unterwegs war, dann will man da natürlich auch wieder hin zurück. So. So nehme ich. Habt ihr das gesehen? Ich brauche eigentlich das Boost hier. Mach du mal, Kollege. Okay. Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, ich stehe ein bisschen zu weit vorne immer. Aber wenn ich dann zu weit hinten stehe, dann komme ich nicht an die Bälle. Okay. Dankeschön dafür. Oh, das sieht gut aus, mein Freund. Das sieht gut aus. Schade. Da muss ich jetzt mal ran hier. Habe ich mir irgendwie auch besser vorgestellt. Kollege wollte auch nicht nochmal rangehen. Gut, verstehe ich aber bei dem Ball. Oh. Oh ja, schön unten ins Eck. Schön ins Eck. Hm. War zwar nicht der beste Schuss, aber ich meine, er war zumindest gezielt. Also kann man sich nicht drüber beschweren. 1 zu 0. Wuhu. So, jetzt erstmal gleich hier mit dem Ball nach vorne raschen. Auch wenn ich natürlich keinen Boost habe. Den hole ich mir mal eben kurz ab. Und der Ball kommt auch ganz gut rein. Die Gegner haben auch einen ganz netten Pass gegeben. So, der kommt gleich nochmal rein ins Mittelfeld. Oh, was mache ich denn schon für einen langsamen Ball? Das kann ja gar nicht sein. Das gibt es ja gar nicht. Uh. Okay. Ich entferne mich kurz. Und. Oh, ich gehe wieder ran. Der kam straff. Der kam straff und gefährlich vor allem. Oh, ich bin immer dazwischen, ey. Das ist gerade so wichtig gewesen. So, einmal hier rechts dran vorbeispielen. Und dann einfach ganz entspannt reingeschoben. Mhm. Einfach mal eine ruhige Kugel schieben, liebe Leute. Die Gegner haben mal exakt gleich viele Punkte. Krass. Ah. So muss das sein. Ja, habt ihr gesehen, wie ich gezielt ich den Outplayed habe? Ich meine, gut, er hätte damit rechnen müssen, aber... Oh, schnell weg mit dem Ball. Okay, der Mate hat mich ein bisschen mitgenommen. Das ist jetzt ganz gefährlich. Mhm. Das ist nicht gut gewesen. Das war einfach nicht gut, dass wir uns da beide abgeräumt haben. Mhm. Ich kam da aber auch leider nicht mehr ran an den Ball. Na gut, ein Tor, Vorsprung haben wir noch. Ein bisschen Puffer ist noch da. Oh. Okay, danke dafür. Und der Mate macht Schabernack, wie ich sehe. Okay. Okay. Gut, nochmal gut ausgegangen. Okay. Er revanchiert sich. Komm, jetzt ein Pass rein. Oh ja. Oh nein, ich hab's verkackt. Okay. War vielleicht ein bisschen zu straff. War auch so eigentlich nicht gewollt, aber man nimmt es mit. Die Gegner haben damit nämlich auch nicht gerechnet. Oh nein, ich hab schon wieder Lags. Och Mate, was machst du denn, du? Der war doch einfach. Och nö. Aber ihr habt den Lag gesehen, hoffentlich Leute, dass ich mich kurz so ein bisschen über das, so ein bisschen unsmooth übers Spielfeld bewegt hab. Ach scheiße. Genau in so einer Situation auch. Allgemein läuft's gerade irgendwie nicht, nicht flüssig. Das gefällt mir nicht. Da, schon wieder. Schon wieder. Habt ihr den kleinen Boost gesehen? Ich hab nicht mal mit dem Booster in der Ecke bekommen. Weil ich so ein Stück versetzt worden bin. Fuck. Ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer. Oh ja. Scheiße. Schade. Da kam ich ein bisschen zu spät. Oh nein. Okay. Okay. Wenn man mit den Reifen berührt. So, komm, jetzt flieg. Flieg. Zack. Ähm. Hä? Wie kann ich den so schlecht berührt haben? Ohne Scheiß. Der war ja mega. Was macht denn der Mate? Was macht er da hinten? Okay. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Er fährt da irgendwann an der Wand rum. Och nö. Also diesmal kommt ich... Scheiße. Könnte durchaus besser laufen. Wir haben den Vorsprung von 2 zu 0 verloren. Und liegen jetzt ein Tor hinten. Und ich würde da ein bisschen dem Mitspieler die Schulter rangeben. Weil er einfach um die... Durch die Gegend yeetet. Ja. Das ist jetzt auch nur verdient. Auch mal ein bisschen Glück haben. Braucht man auch. Guckt euch das an, wie er schon wieder hier am Ball vorbeigeheetet ist. Okay. Okay. Es ist zumindest wieder ausgeglichen. Aber ich bin immer noch nicht guter Dinge, dass das klappt. Einfach noch ein bisschen Glück vielleicht haben. Och. Die Gegner sind immer noch so leicht versetzt am Ball. Er guckt aber auch nicht. Oh mein Gott. Dass ich mit so jemandem spielen muss, gell. Das war schon wieder mordsknapp gerade, die Situation. Komm, Mate. Den holst du dir. Och. Was mach ich da? Da ist schon wieder das Disconnect-Zeichen. Bitte spiel. Reiß dich zusammen. Scheiße, das war gut. Och nein. Aber ich wäre nicht mehr rechtzeitig rangekommen auch an den Ball. Gerade mit dem Leck hätte ich das nicht geschafft. Ach, scheiße. Ich hätte gedacht, der kriegt den nicht und ich kann den easy halten. Fuck. Fuck. Wie fährt er da an den Ball? Was macht er da? Komm, Mate. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Ja, alles klar. Alles klar. Komm, mach ihn, mein Freund. Mach ihn. Dafür habe ich nicht genug Boost für so einen hohen Ball. Ich fahre zurück. Oh, der war gar nicht schlecht. Schade eigentlich. Oh ja. Das gibt's nicht. Aha. Der hätte nochmal reingehen können. Also ich hätte es uns schon gegönnt nochmal so ein Tor. Aber naja, das wird wohl eine tragische Niederlage werden. Scheiße. Wäre ich bereit gestanden, da hinten, da hätten wir vielleicht nochmal eine Gelegenheit bekommen. Aber so war das irgendwie... War ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber gut. In welchem Rang landen wir denn? Zeig es mir, Match. Rocket League, zeig mir, in welchem Rang wir landen. Keinen Rang? Hä? Doch, Diamant. Achso. Die anderen sind noch kein Rang. Oh, wir sind Diamant 3. Das ist ein bisschen Shit, muss ich sagen. Aber hey. Wenigstens werden dann die nächsten Matches ein bisschen einfacher zu spielen sein. Aber guckt euch das an. Mein Mate, 240 Punkte. Was soll ich denn dazu noch sagen? Das war ja grässlich. Gut. Naja, man kann eben auch nicht alleine das ganze Match carrying. Die drei Tore waren nicht genug. Und die vier Paraden. Na gut. Aber wir sind jetzt wieder Diamant 3. Puh. Ich hoffe, wir werden uns schnell wieder zurück nach Champion arbeiten. Und das, liebe Leute, tun wir dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin, liebe Leute. Lasst es krachen und ciao, ciao.